Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Longboards. Das High-End-Produkt in unserem Longboard-Test geht an das Apollo Longboard. Die 7-inch Longboard-Achsen sind reverset und DT am Board montiert. Das Ergebnis, ideales Fahrverhalten und maximaler Spaß auch auf etwas holprigeren Straßen. Das hochqualitative Board begeistert vor allem Profiskater, die auf diesem Brett ihr Potenzial so richtig entfalten und perfektionieren können. Mit unseren Longboards wird jede Fahrt zu einem Erlebnis. Von erfahrenen Designern entworfen, trifft das Longboard den Geschmack eines stilbewussten Longboard-Fans. Weniger schrill und trotzdem auffallend schick wird das Board auf jeder Tour neugierige Blicke auf sich ziehen. Die Boards wurden so konzipiert, dass sie stets Sicherheit und hohes Fahrkomfort garantieren. Durch die Kombi aus Fiberglas und Bambus mit diesem leichten und stabilen Deck kommst du so richtig in Fahrt. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist das Apollo Savai 36. Als Longboarder willst du nur eins Fahrgefühl vom Allerfeinsten. Wir achten besonders auf die Qualität der einzelnen Komponenten und arbeiten erfolgreich mit den besten Materialien. Das Feedback unserer Kunden hilft uns, aus einem Longboard ein Meisterwerk zu machen. Du bekommst von uns ein Longboard, bei dem jede einzelne Komponente überzeugt. Schau dir unsere Boards an. Unsere Boards werden von erfahrenen Longboardern und Designern entworfen und unsere Kunden liefern uns wertvolles Feedback für die Weiterentwicklung. Egal ob für Anfänger oder langjährige Longboarder, wir haben das richtige Board für dich. Gerade für Einsteiger finden wir es wichtig. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Longboard-Test ist das CDS NXORE Longboard. Skateboard Longboard, ein kompletter Skateboard-Cruiser für Cruising, Sculpting, Hip-Hop, Freestyle und Downhill. Deck 41 Zoll lang mal 9,8 Zoll breit. Das Deck besteht aus 8 Schichten kaltgepresstem natürlichen nordostchinesischen Ahornholz mit einer maximalen Tragfähigkeit von 250 kg. Schwarz gebürstete Oberfläche ist rutschfest. Keine Montage erforderlich. Langlebiges PU-Blinkrad mit Felsoberflächenbehandlung, ABEK 11, Hochgeschwindigkeitslager. Longboard-Räder, guter Grip, geschmeidig und leise, komfortables Gleiterlebnis. Geeignet für Downhill, Speed und Freestyle-Fahrten mit großem Wenderadius, geeignet für Sportbegeisterte jeden Alters. Entwickeln Sie Kraft, Gleichgewicht und Reaktion, während Sie Spaß haben. Der blaue Himmelsvogel ist kein blinkendes Rad. Die restlichen vier Farben sind alle blinkende Räder. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.